So, hey, ich bin gerade bei Tanki Online. Ja, ein sehr nettes Spiel. Das Profil gehört meinem Bruder. Und ja, wir betreten jetzt einmal eine Schlacht. Oh ja, wir sind ja schon auf Schlacht. Entschuldigung, dass ich so blöd bin. Ähm, ich nehme einfach immer, die halt mehr ist, aber es gibt halt auch Gruppen, ähm... Naja. Naja, wir betreten jetzt irgendeine Gruppe. Und ja, es könnte zu, ähm, laut, also es könnte laut werden. Aber ich versuche dann schon mehr anzureden. Also, ähm, nicht, dass ihr jetzt denkt, boah, die rede voll... Wie nennt man das? Voll leise. Und man versteht dann halt nur die Musik. Und ja, ich mache gerne Videos. Also, auf jeden Fall mache ich gerne Videos. Ähm, egal, ob, ähm, jeden Tag 100... Also, das schaffe ich nicht. Aber jeden Tag Filme machen, das schaffe ich. Ähm, weil ich finde Filme einfach richtig gut. Ehrlich. Und man sollte das halt auch machen. Und das ist halt die beste Gelegenheit, ähm... Das zu machen. Und ja, es lädt jetzt richtig lange. Keine Ahnung, warum. Aber das ist immer so. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Ähm... Das da unten. Das ist irgendwie so ein Blödsinn. Das mit wenig Speicherplatz. Ich hab noch... Ähm... 10.000 GB oder MB oder so. Ähm... Und das stimmt nicht. Weil mein PC... Den hab ich erst neu bekommen. Und da kann nicht schon wieder wenig Speicherplatz sein. Und ja. Jetzt lädt das wieder richtig lange. Das ist immer so. Ich kann leider kein Chat schreiben, wenn mein Bruder da irgendwas gemacht hat. Siehst du jetzt ist das so laut? So, so. Lass ich den. Das könnte lacken. Also bin ich halt mal vorsichtig. Halt zu. Guck. Das ist... Das ist... Okay. Den hab ich schon mal vernünftet. Ich fahr diesen Weg lang. Weil... Ja, es lag mehr. Ich krieg... Auch schon die Krise. Das geht gar nichts mehr. Ähm... Nicht jetzt, aber... Aber es tut mir leid, das war gerade mal in mir. Da hätte ich weiß, es lag. Weil... Ich einen Film anhab. Nein, kein Film. Aber ich mach einen Film. Und immer wenn ich... Oh, jetzt komm ich hier nicht mehr weg. Na, das ist doof. Ähm... Kommen wir schnell weg? Okay. Ähm... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich muss... Ich... Ich... Ich fahr schnell weg. Aber dieser bringt mir nichts. Deshalb gehe ich nochmal gleich in meiner Garage. Da hat mein Bruder... Da hat mein Bruder sämtliche... Vielleicht ist das ein... Ach so, der hat doch nicht so viele Sachen. Oder? Doch, er hat viel, aber... Naja. Aber man kann ja auch Farben kaufen. Das mache ich jetzt auch. Aber ich weiß nicht, welcher besser passt. Ich werde ihn jetzt mal ausstatten. Ja, genau so. Und dann weiß ich nicht, welchen ich nehmen soll. Frise nicht schafft... Frise. Ich nehme einfach das. Ausstatten. So. Da wir jetzt ausgestattet sind, können wir wieder in die nächste Schlacht gehen. Es kann... Laden. Lacken, laden, lacken. Und das ist halt das Problem, was ich immer besitze. Es kann ab und zu lacken. Das stelle ich auch echt persönlich fest. Und, ähm... Ja, ich bin jetzt bei einer guten Gruppe. Die anderen haben zwei Punkte. Und wir haben 56. Und, ja, da steht verrate niemandem dein Passwort, sonst kannst du dein Passpanzer für immer verlieren. Das stimmt. Das hat mein Bruder auch schon gehabt. Der dachte... Der macht denen halt diese Diamanten. So 65.000. Ja, was war das? Ist aber dann anders geworden. Und... Das fand er natürlich nicht so schön, ne? Das findet man auch wirklich nicht schön. Aber, ähm, da wir jetzt wieder in so einen Kampf verwickelt sind... Und da an diesem hier... Wo ich jetzt mit der Maus auf der Klingehe... Der hier... Das ist, ähm... Ja... Oh, ich kann eins... Ähm, ja... Es lag, es lag... Ich hasse das! Das lag da bei diesem Spiel, weil wenn ich schaue und aufnehme... Und dann lag es halt permanent... Und das ist sowas von Scheiße, ne? Da könnt ihr ein Arsch drauf drücken. Das war das so... Aber... Naja... Man nimmt es halt so, wie es kommt. Ähm... Ja, und... Ja... Scheiße. Nein, Entschuldigung. Ähm... Es wurde gerade getroffen. Finde ich eigentlich jetzt nicht so witzig, aber... Ähm... Als Mädchen findet man das immer witzig, wenn was abgeschossen wird. Ähm... Und in der Linkbeschreibung schreibe ich euch nochmal den Namen hin. Nein! Scheiße! Alter! Scheiße! Und schon hatte ich die Flagge und wurde zerstört. Na, ist das nicht schön? Na, ich find's nicht schön. Das muss der Vernichter gerade sagen. Und ich frage mich nicht so, wie es ist. Ich glaube, da gimme es noch so. Und ich frage mich nicht. Eine ist wirklich! Es fühlt sich wieder aus,- Ich freute mich einfach so, wie es will es nicht so... Und ich freute mich nicht so... Ich frage mich nicht. Oh Mann! In der Link-Beschreibung könnt ihr mich Kostensantrag ansenden. Weil, ähm, ja, keine Ahnung wieso, ähm, damit mein Bruder mein Kostensantrag kriegt. Ich zeig euch mal die Freunde, dafür muss ich mich eben schlafen. Also, hier sind halt die, ähm, Freundelechte. Das sind super viele, ähm, ja. Hier hätte einige Fragen von Anfragen nicht mehr. Bitte schickt ihm ein haufenweise Fotosanfragen. Er nimmt alle an. Er helft euch jetzt. Aber er, er macht gut im Kampf mit. Er gewinnt fast immer. Also, ich kann das halt nicht so gut, aber... ...und dann mal das nächste Mal. ...und dann mal das nächste Mal. Wir sind klein und einfach so. Ja, ich. Hupf! Ja, ich sag euch ja, das ist der erste Teil von Tanki Online. Ich werde versuchen, um so mehr Teile zu machen. Das wird aber leider sehr scheitern. Sehr, sehr, sehr scheitern. Und, ähm, ich denke, ich kann nicht schreiben, wenn es drucken erlaubt ist. Ähm, ich kenne das Spiel nicht so lange, erst vor kurzem. Ähm, das ist halt das Blöde daran. Ähm, ich lasse mich dran. Aaaaah! Nein! Naja, wir haben noch, ähm, vier Minuten. Ähm, naja, ich weiß jetzt nicht, ob das so was kriegen wird. Ähm, ich werde nochmal da hochgehen. Ähm, ich werde dauernd abgeschossen. Nein! Ähm, ich werde da. Ich werde da. Dann. Soll ich nichts? Ähm. Ich werde da. Das ist vor kurzem. Ich werde da. Ich werde da. Ähm, ich werde da. Das ist vor kurzem. Naja, so ungefähr habe ich es wieder geschafft. Ähm, aber... Naja, ich lege schon mal, also das war es mit dem Spiel Tanki Online. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen mit mir, auch wenn ein paar Verfluchungen gekommen sind. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und viel Laune mit mir und dann sehen wir uns vielleicht noch mal. Tschüss!